Bisschen mehr Sommerbeweihräucherung. Das ist wie Voodoo. Wir sind zwei Leute vom Ottos am Blank. Die haben auch gesehen, dass wir Einwohner offensichtlich in diesem Springrunde sind. Einwohner offensichtlich in diesem Springrunde. Unsere Motorräder stehen da hinten. Scheint Spaß zu machen, illegalerweise zu baden. Du glaubst, dass es sauber ist hier? Ja. Und wie war es jetzt gerade so für dich? Erfrüchten. Na klar! Big Bon! So neben mir Shetty. Jessica. Du hast hier aufgerufen zu was? Ein Flashmob im Springrunde. Warum? Schwimmbäder tatsächlich in Berlin ganz schön teuer sind. Sowas sollte eigentlich jeden Tag stattfinden. Na klar! Ich hab mir gedacht, ich will sowieso in diesem Springrund baden, wenn da drum noch jemand Bock hat, why not? Man darf nur nicht drinnen baden oft. Genau den! Genau den! Mehr im Netz auf www.berlin-030.de und auf den sozialen Portalen. Das war's! Ja. Aber das war's! Wissens Julia! Das war's!